Ich würde mal sagen, er kann es noch. Ich kann es nicht über die Silber sagen, Kumpel. Michel, das ist wirklich ein schöner Cabot, Gino. Bist du jetzt zufrieden? Oh, der ist... Ich kann ihn gar nicht trinken. Hallo, Outtakes. Ich will jetzt mal einen Schluck nehmen. Ich brauche Urlaub.